Hey Leute, schön, dass ihr mich wieder auf meinem Channel besucht. Ich bin der Barnaby. Im heutigen Video geht es um den Waffenmeister, der seit letzter Woche neu aufgelegt wurde. Er war bei Battlefield 3 schon einmal aktiv, jetzt auch bei Battlefield 4. Ich habe mir dafür einen Server gesucht und habe da ein ganz verrücktes Waffen-Setup gefunden, was ich dann einmal durchspielt habe. Und ich muss sagen, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht das Video genauso viel Spaß. So, hier haben wir auch gleich die erste Waffe, das Ballistik-Schild und damit ab rein in den Pulk. Wuhu! Als zweite Waffe haben wir hier den Phantombogen mit der Punktspitze. Dann haben wir hier die Hawk 12B, da wurde uns die Spittermunition gereicht. Als nächstes haben wir hier die Farmers mit dem IRNV. Dann haben wir hier die AEK mit dem Vierfachvisier und danach gleich die Shorty ohne Visier. und dann hat sie Zeit etwas ganzes. Dann haben wir hier die und dann haben wir hier die und dann haben wir hier die Kalining-Schild. Dann haben wir hier die Tesla. Dann haben wir die Zukunft einen Daumen-Seinsser, dann kommen wir hier die Kamera an den Daumen-Sein, dann haben wir hier die Denk-Sein, Dann haben wir hier erneut den Phantombogen mit dem Breitkopf, irgendwie habe ich das schlechtes Gefühl, da kommt noch was. Dann hier mal kurz schnell die APK 12 erwähnt und dann gehts auch schon gleich weiter mit der UBB 95.1 und ohne Visier. Gut, dass der letzte Kill noch gezählt hat als Hilfe-Kill und weiter gehts mit der M4, das Ganze mit einem dreimal vierer Visier. Und die Befürchtungen haben sich bestätigt, noch einmal der Phantombogen, diesmal mit dem Befürchtungen der drei Pfeilarten den Exklusivpfeil. Gott sei Dank indirekter Schaden im Spot-Hilfe-Ziel, gar wie Schweinert. Und weiter gehts mit der EV-12. Und schon haben wir hier die nächste Waffe, das ist die M98-B, das Ganze mit einem 40-fach und dem Entfernungsmesser, den wir nun wirklich kennenlernen. Hier die M1911 mit dem dreifach Visier, ich dachte erst das war der Revolver. Oh, scheiße, die Fie... Fuck. Du, ist schön, das hat geklappt, ich fass es nicht! Jetzt nicht! Verdammt! Komm, komm, ich hör' dich, ich hör' dich! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Shit! Ja, boah, jetzt bin ich den Lefri los und das nächste ist ein Messer mit zwei Beinen. Haha, schon ein 100, wuhu! Ah, Battlefield Friends Forever! In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, euer Barnaby, out! BBC ! Vielen Dank.